Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Monaten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist dann in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Items-Shop an. Heute haben wir einen neuen Skin und zwar den Mithörer-Skin. Dazu gibt es dann die Plasma-Kreis-Spitzhacken. Ich glaube es war sogar ein verschlüsselter Skin, den konnte man glaube ich gar nicht vorher so sehen. Wir haben die relativ viele glaube ich beim letzten Update reingepackt. Dann haben wir als nächstes den Farben-Bomber-Skin, den Farben-Kanonier, dazu dann die Regenbogen-Wuchtspitzhacken, die ist auch reaktiv. Ich weiß gar nicht ganz genau, was daran reaktiv ist. Ich glaube aber es hat irgendetwas mit dem Damage zu tun, den man macht und dann glitzert das glaube ich immer mehr. Weiß ich aber nicht ganz genau. Dann haben wir als letztes noch dazu den Farben-Bomber-Gleiter. Als nächstes haben wir dann den Pana-Beauftragte-Skin, dann den Wukong-Skin und die Django-Bang-Spitzhacken. Hier wird die einfach reaktiv, nachdem man schlägt. Und umso häufiger man schlägt, desto stärker leuchtet das dann eben halt hier. Sieht auf jeden Fall ganz nice eigentlich aus. Als nächstes haben wir dann hier die Markimeisterin, einmal im Standard-Stil und einmal im Nacht-Stil. Und eigentlich sollte, oder eigentlich kommt ja dienstags immer das Update. Heute ist ja keines anscheinend gekommen, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es morgen kommen wird. Vielleicht wegen den Feiertagen hatten die da noch nicht alles vorbereitet und deshalb wird es eben halt einfach um den Tag verschoben. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es diese Woche kommt und da gehe ich einfach mal davon aus, dass es morgen kommen sollte. Wahrscheinlich wieder um 8 Uhr, so wie die letzten Updates auch. Dazu werde ich dann natürlich zur Einneuerung auch ein Video machen. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen. Dann aber als nächstes den Birdie-Scan, dann den Papier-Drache-Mode als Fortbewegungs-Mode. Dann als nächstes die beschlagene Hacke, dann die Golfschlägerspitzhacke und als letztes noch Hirnüberladung. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.